So, während im Hintergrund schon mal Fortnite lädt, können wir gleich mal... Oh, da ist es schon. Ja gut, das ging fix. Können wir gleich mal bequatschen, wollte ich sagen, was wir machen? Ähm, Missionen. XP sammeln. Also bestenfalls halt alles miteinander verknüpfen. Wie viel XP gibt es eigentlich, wenn man mal gewinnt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es ja überhaupt keine Ahnung. Neue Aufträge? Ja, weil täglich neue Aufträge hat. Na genau. Verdiene 20.000 in der... Uh! Bisschen Creators spielen ist sogar als eine Mission, okay. Ach, Entdeckenaufträge, was ist? Aber ist trotzdem ein täglicher, ne? Ja. Ich suche eine Vorratslieferung, okay, das kriegen wir hin. Und in Taxis fahren, okay, da müssen wir halt ein Taxi finden. Sind die an speziellen Orten? Nein, okay. Yo, aber das ist interessant. Wollen wir gleich mal... Ich denke, das geht recht fix, oder? Man bekommt ja doch recht schnell die... Komm, wir gehen gleich mal in den Creator-Modus. Ähm. Beziehungsweise, ich kann ja so direkt reingehen. Ich kann ja so reingehen. Genau, hier. 500 Level Parkour. Die Frage ist, ist der gut? Was erzählst du mir? Trollrun, easy and fun, easter eggs, save money. Sprint and Climp. Wir können ja mal reingucken und wenn es langweilig ist, gehen wir wieder raus. Machen wir es mal so. Machen wir es mal so. Dann ist die Frage, jetzt muss ich kurz pausieren, bis es losgeht, oder geht es... Ich denke, es geht relativ schnell los. Pausieren ist eigentlich nur sinnvoll, wenn wir auf dieser Insel vorher sind, ne? Ich denke, dann ist pausieren sinnvoll. Ansonsten denke ich eher nicht so. Ja, das geht relativ schnell. Finish the death run to access the Trollrun. Ach so, das sind... Ah, okay. Find the 50 secret rooms to end big rewards. Mhm, mhm. Mal gucken, ob wir da schön XP bekommen. Wir werden es gleich sehen. Wir werden es gleich sehen. Hab ich immer... Sieht man eigentlich immer noch die Maus, wenn ich spiele? Das habe ich noch nie jetzt beachtet. Ich mache mal ganz kurz hier folgendes. Ich mache mal schnell das Ding hier auf. Aber da steht auch gar nicht als Option, dass ich die Maus rausnehmen könnte. Also... Hm. Vielleicht ist die Maus einfach Teil von Fortnite. Ach, jetzt sieht man es aber auch nicht mehr. Man sieht die nur... Okay, ich habe nichts gesagt. Alles gut. Alles gut. Was ist das? Press your button to support me. Nee, alles gut. Sind das hier XP's oder Scores oder was ist das hier? Oh, ähm. Hallo? Hä? Okay. Buy XP. Oh, man kann XP kaufen, wenn man die Münzen... Okay, ja. Also wenn wir die Münzen finden, können wir dann XP kaufen damit. Auch interessant. Okay, komm. Wir gucken jetzt mal... Hallo? Kann ich jetzt mal durch? Press to support me, Koninkun 88. Was? Ich bin hier durch. Okay. Das ist jetzt interessant, weil wir gerade mit mehreren einfach rennen. Ja, warum nicht, ne? So. Oh, oh. Ja, da rippt es mich weg. Habe ich Leben, weil da oben Leben-Anzeige ist? Ich glaube, ich habe eine Leben-Anzeige, kann es sein. Ist das eine Leben-Anzeige oder was ist das da oben? Nein, da will ich nicht rein. Mist. Ich dachte, ich sollte nicht so hetzen. Ich sollte nicht so übertrieben hetzen. Sondern... Gechillt spielen! Aber das müsste doch doch auch ohne das Ding da... Ja, eben. Ich komme doch da auch so rüber. Ich wollte gerade sagen. Okay, hier wissen wir... Nein! Oh, scheiße. Ich wollte gerade sagen, hier wissen wir Bescheid. Aber das war leider nicht der Fall. Genau. Schönseitlich vorbei. Was ist das da unten? Man weiß es nicht. Einfach drüber. Einfach drüber. So. Oh, hier ist Secret. Secret. Ich habe safe ein Secret gefunden. Yeah. Secret Nummer 1 von 15. Und es gibt 2000 EP. Okay, ja, genau das ist, was ich meine. Genau sowas haben wir hier gesucht. Perfekt. Okay, jetzt könnte ich hier Sachen kaufen. Convert your Gold to XP. Okay, ich habe kein... Ach hier... Achso, ich habe so kleines Gold. Okay. Ey, aber das ist cool. Weil das ist im Prinzip genau das, was ich brauche. Ich brauche einfach einen schönen Creator-Abschnitt, wo ich jetzt schön XP bekommen kann. Okay, wie soll ich da rü... What? Ah. Rüber. Okay, nice. Okay, schön links. Oh, den... Den träge ich einfach mal an. Genau so. Sehr gut. Vorsichtig. Okay. Prima. Das ist ein cooler Death-One bisher. Der ist... Der ist noch viel besser, als die, die wir bisher hatten. Weil er noch viel mehr Elemente eingebaut hat und eben die Season Secrets dabei. Okay, da muss ich auf jeden Fall auch... Mal warten, bis das angetriggert ist. So. Rennen. Einfach nur rennen. Nice. Okay, da unten kann ich hin. Und dann... Ah ja, und dann einfach hier rüber. Okay, cool. Nein! Oh Gott. Oh, Glück gehabt aber jetzt hier. Hier aber richtig Glück gehabt. You enter a secret XP-Zone. Was? Uuup! Der ist immer... Das ist immer gemein, wenn die von der... Von der Seite kommen. Das ist immer richtig gemein. Aber nee, ich hab keine Leben. Das ist... Das ist keine... Das ist keine Leben. Das ist, glaube ich, wie viele einfach gerade rennen in dem... Wie viel gerade unterwegs mit uns sind. Oh, was ist denn jetzt passiert? Ah. Ah ja. Ah, okay. Ich hab gerade geguckt, ob da ein Secret irgendwo ist. Aber scheint nicht so. Okay, jetzt kann ich die schon zum Beispiel. Da kann ich immer noch nicht. Okay, dann warten wir noch, bis ich da kann. Okay, wir haben schon 12.000. Habt ihr es gerade gesehen? Da hat es eingeblendet, wie viel wir schon haben. Wir haben schon... Oh, oh, oh. Wir haben schon 12.000 von denen, die wir haben wollen. Finde ich geil. Und okay, jede Münze zählt als ein Level sozusagen. Das heißt, wir haben jetzt... 56 von 500. Da oben sieht man es auch nochmal. Das ist deswegen 500 Death One. Oha. Oder halt nicht Death One, sondern Dings. Also haben wir noch nicht mal ein Fünftel. Schwierig. Aber ich mag das hier mit den Secrets. Also das würde mich schon reizen, hier ein bisschen zu gucken. Aber ich meine, Secrets könnten zum Beispiel auch sowas hier... Wobei wir haben... Naja. Bisher haben wir... Das eine hier gefunden. Und wenn wir jetzt mal bei einem landen, wo es heißt zwei von... Es könnte halt zum Beispiel sein, dass man mal hier auch runter muss. Aber das wäre fast ein gemeines Secret, ehrlich gesagt. Das fände ich doch ein bisschen gemein als Secret, so. Also das denke ich und hoffe ich mal nicht, dass es solche Secrets gibt. Oh, Bruder. Na, dass man... Oh, wobei... Hier ist genau so eins. Ist das zwei von... Ist das zwei von... Nein, wir haben eins verpasst. Das ist drei von 15. Oh, wir haben eins verpasst. Wahrscheinlich genau sowas eben. Ah, schade. Na gut. Wir finden jetzt schon nicht mehr alle Secrets. Sehr schade. Ähm, ja. Das hat nicht funktioniert. Aber ich glaube, wir gehen auch raus, wenn wir die 20.000 voll haben. Es ist cool, aber ich will damit eigentlich jetzt nicht das ganze Video füllen. Das ist leider so ein bisschen das Problem, dass die halt enorm lang sind. Es ist wirklich cool. Aber wie gesagt, ich will nicht das ganze Video füllen. Schade auch, dass man nicht speichern kann. Na, so, das... Kann ich jetzt eigentlich hier? Ja, nein, fehlende Gehörg. Ich hab immer noch nicht genug Gold dafür. Wie viel braucht man dafür? Das steht hier nirgends. Achso, nee. Weil hier mal 100 steht. Aber ich hab doch nur 75 bisher. Hm, keine Ahnung. Egal. Erstmal egal. Aha, zu langsam. Oh, wait, nee, ich bin hier nicht zu langsam. Ich muss den anträgern, das ist so ein Quatsch. Oh, nee, das hasse ich. Weil ich jetzt den zweiten auch anträgern muss und währenddessen den ersten nicht mehr auslösen. Oh, Gott. Ich kann hier nicht schnell genug rüberrennen. Das funktioniert nicht. Ja, das funktioniert nicht. Schnell genug rüberrennen funktioniert hier nicht. Ich muss... Ich muss den anträgern. Dann muss ich den anträgern. Ja, das hab ich schon fast raus. Und jetzt... Ah, nee, es hat... Es hat sogar geklappt. Tschuldig. Wie könnte ich mir wieder ein Secret vorstellen? Nein, schade. Sehr schade. Triggern. Danke. Nee, da ist auch nix. Da ist auch nix. Ah, es ärgert mich jetzt schon, dass wir das erste Secret verpasst haben. Äh, nicht das erste, sondern das... Bruder! Sondern das, ähm... Das, äh... Das zweite sozusagen. Kann ich einfach runter, ne? Ach, die tun weh. Ja. Genau, da kann ich einfach runter. Ah, okay. Wo muss ich da runterspringen? Vielleicht hier. Ja, er hat's geschafft. Ich nicht. Hier ist so. Perfekt. Vorsicht. Es ärgert mich trotzdem, dass wir das eine verpasst haben. Weil ich doch gedacht habe, ich bin ein bisschen aufmerksamer. Leider war ich das nicht. Oh, Bruder. Ah, jetzt wird's aber hier. Jetzt wird's frech. Nein! Wie viele XP fehlen in unserem Auftrag noch? Lasst mich mal kurz gucken. Ah, ne, täglich ist das ja. Fertig! Ach so! Habe ich gar nicht mitbekommen. Siehst du? Ups. Ja, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir raus, oder? Weil wir können... Wir können halt leider nicht speichern. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich würde hier gerne... Ja, hier ist übrigens wieder ein Secret. Oh. Das ist ja nicht ganz so das, was ich als Secret gedacht hatte. Ja, wir können leider nicht... Leider nicht speichern. Sonst würde ich ja sagen, okay. Wir beenden das jetzt hier. Mist. Ach so, er sagt mir, you enter a Secret XP Zone und dann weiß ich, jetzt kommt was. Ist das so? Wahrscheinlich ist es so gedacht. Ja, ich sehe es auch schon. Ah, das heißt, okay, man kriegt das vorher gesagt, wo was ist und dann ist da auch was. Schade, dann habe ich den einen Hinweis verpasst. Ja, machst du nix. Machst du nix. Ja, aber speichern kann man halt, wie gesagt, auch nicht. Bisschen ärgerlich. Weil das ist echt ein cooler One. Also der gefällt mir. Aber ich will den jetzt halt nicht überstrapazieren von der Länge her. Scheiße. Oh, jetzt wird's interessant. Okay. Wir können ja mal bis 100. Wir können ja mal bis 100. Dann haben wir genau ein Fünftel. Ja, da haben wir nämlich dann die 100. Auch geschafft. Oh. Da oben ist was. Da will ich hoch. Yes. Ja, werde ich auch nicht, weil ich jetzt runter und rausgehe. Ich würde aber gern speichern. Kann man irgendwie speichern? Outfit ändern. Outfit ändern. Verkaufsautomat nutzen. Ne, ich kann halt nicht speichern. Nice. Wir holen uns noch ein paar XP. Okay. Ja, da ist die 100. Ich würde gern weit. Also, aber ich denke auch, ihr wollt noch ein bisschen was anderes sehen, ne? Da kann man hier speichern oder so. Ne, ne? Kann man nicht. Das ist, glaube ich, einfach nur zum Umziehen. Warte mal, speichern. Aber das ist, glaube ich, was anderes. Das ist, glaube ich, dieses Ding. Ja, ne. Das ist, das ist was anderes. Ne. 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 Ja, ärgerlich. Aber wir gehen jetzt raus. Wir gehen jetzt raus. Ähm. Weil es einfach zu lange ist. 500 sind einfach... Fortschritt zurücksetzen. Ne, ich will eigentlich... Ach, guck mal. Hier kann ich jetzt zurück zum Zentrum. Das habe ich damals nie gefunden, glaube ich. Das habe ich damals nie gefunden. So komme ich zurück in den Kreativmodus, oder was? Ach so. Über diese Option... Ah, okay. Jetzt haben wir das gelernt. Nice. Aber diesmal wollte ich eigentlich da gar nicht. Diesmal wollte ich eigentlich wirklich ganz raus. Diesmal wollte ich eigentlich wirklich ganz raus und dann muss ich das so machen. Ja, okay. Oh, ich habe dem kein Herz gegeben. Ich musste doch ein Herz geben. Aber das kriegen wir hin. Über die Optionen müsste das ja noch verfügbar sein, dass wir ihm ein Herz geben können. Genau. Der Level hier kriegt jetzt ein Herz. Zack. Ach, nee. Ich wollte nicht favorieren. Ich wollte einfach gefällt mir machen. Muss ich da wieder rein, um gefällt mir zu machen? Okay, dafür gehen wir nochmal kurz rein. So viel Zeit muss sein. Das hat schon verdient, ein Gefällt mitzubekommen. Es wäre halt cool, wenn man das speichern könnte. So, ne? Dann könnte man sagen, jetzt so am Anfang jedes Videos machen wir mal kurz 100 Level und dann haben wir irgendwann den 500 Level Parcours durch. Aber am Stück schwierig. Am Stück finde ich schwierig. So. Jetzt dauert's aber. Jetzt dauert's unnötig lange. Ich will nur kurz rein und gefällt mir drücken. Ja, das ist halt... Man kann halt leider nicht sich irgendwo hin porten. Das ist wirklich, wirklich ärgerlich. Na gut. So, ich will das nur kurz liken. Mehr will ich gar nicht. Zack. Und ab dafür. Okay. Wir sehen uns gleich wieder, wenn der Schlachtenbus losfährt. Wir gehen in eine normale Runde rein. Bis gleich. So. Der Schlachtenbus kommt. Und ich hab grad geschaut. Wir haben jetzt in den neunwöchentlichen Auftragsätze. Ein Spraymotiv oder Emote bei Rave Cave oder der Daily Bugle. Das heißt, das sollte eigentlich auch gar kein Problem sein, das schnell zu machen. Ach, 0 von 8. Ja, okay. Nevermind. Ähm. Wo gehen wir denn mal schnell runter? Guck mal, dieses Gebiet haben wir noch gar nicht. Dann machen wir mal da das Gebiet auf. Dann machen wir mal da das Gebiet auf. Ach ja, Kugel da zurücklegen müssen wir auch noch. Das können wir eigentlich gleich mit verbinden. Das ist gut, das verbinden wir gleich alles mit. Das ist sogar sehr gut. Das Gebiet kriegen wir jetzt auf jeden Fall. Da wird gar nichts an zu bezweifeln. Das Gebiet kommt jetzt automatisch. Sehr schön. Okay. Dann haben wir hier schon mal eine Waffe. Levelaufstieg. Uh. Während wir hier eine Kiste öffnen, können wir uns gleich mal ein bisschen Schild geben lassen. Welch Schritte? Oder ist das dieses Ding? Kann ich ihn eigentlich wieder einpacken auch? Nee, ich kann ihn nicht wieder einpacken. Okay, dann bleibt er einfach hier und macht seinen Weg. Hat ein bisschen Spaß. Oh damn. Oh damn. Da draußen geht's ab. Kann ich mich da einmischen? Ach man, ich bin zu schlecht. Aber ich hab ein bisschen Energie abgezogen. Kann man mal machen. Taxifahren. Optimal. Wir müssen auch Taxifahren. Machen wir das doch gleich. Hier, fahre Taxis. 6 von 1019. Dann fahr wir so runter Taxi und dann ist cool. Kann ich auch gleich noch gehen. Quatsch da aufmachen. Hallo, ich will eigentlich jetzt er... So. Das Radio, muss ich sagen, ist nicht so ganz meins. Wie... Okay, wie denke ich jetzt den Teil da auf? Wo muss ich da überall hin? Wir fahren einfach mal auf der Straße rein. Da kommt es ja automatisch, wo ich da hin muss. Da ist mal mein Taxi. Ich muss noch 500... irgendwas fahren. Ah nee, da muss ich woanders... Wie muss ich... Wie muss ich da hin, um das aufzudecken? Scheiße, da fahre ich jetzt hier runter. Da will ich aber nicht hin. Okay, das ist blöd. Das ist jetzt blöd. Äh... Wo ist da rüber? Ah, hier kann ich hochfahren. Da kann ich hochfahren zu dem Gebäude. Das ist bestimmt... Das Gebäude ist bestimmt eine Markierung. Yes. Haben wir damit schon alles aufgedeckt? Ja. Und dann ist da drüben noch eins zum Aufdecken. Gut, da ist ein Double Wind. Okay, auch interessant. Aber gerade keine Zeit für Double Wind. So, Taxi ist perfekt. Wee! So, aber damit haben wir nämlich schon die zweite tägliche Mission... Ja, doch, tägliche Mission. Sehr gut. Dann gibt es hier... Jetzt ist die Frage, wo ich hier das... Okay. Wir steigen mal aus. holen wir uns mal ein bisschen neue Waffen, so. Sehr gut. Und eine Kiste. Uh! Ist die da oben? Hoppala. Oh, wo muss ich eigentlich hin? Ah, okay. Wir sind nicht so ganz optimal. Ach, hier ist die. Noll. Gar nicht gesehen. So. Ähm. Okay. So, trotzdem würde ich hier noch schnell den Teil hier aufdecken wollen. Wo muss ich denn da hin, um das hier aufzudecken? Vielleicht da runter? Ah, lass mich doch mal in Ruhe. Ich fühle euch doch gar nichts. Was ist du denn? Aufrüsten, Mann? Was kann ich da denn machen? Aufrüsten. Ah, die Waffe. Nee. Danke. Kein Interesse daran. Das war jetzt überhaupt nicht klug von dir. Aber hey. Ist in Ordnung. Ich nehme den... Ich nehme die XP gerne mit fürs Killen. Kein Thema. Das war aber jetzt... Also, das war wirklich dämlich. Weiß nicht. So. Jetzt haben wir alles aufgedeckt, ne? Nice. Jetzt müssen wir allerdings hier rüber. Na gut. Na gut. Dann wird das mit dem Kugler jetzt nix in der Mission, aber macht hier auch nix. Was haben wir jetzt noch als wöchentlichen, äh, täglichen Kram? Durchsuche eine Vorratslieferung. Okay, nach denen können wir mal gucken. Wave Cave oder Daily Bugle werden wir, glaube ich, nicht vorbeikommen, zufällig. Ich... Nein. Oh, doch! Daily Bugle ist ja hier. Oh, okay. Vielleicht doch. Vielleicht kommen wir bis Daily Bugle. Wagel. Wie auch immer. Aber erstmal müssen wir vor der Zone fliehen. Gut, da wird geschossen hier auf der Seite. Aber die sind jetzt gleich in der Zone drin, also die müssen sich jetzt auf jeden Fall bewegen. Weil ich komme mit der Zone. Scheiße. Scheiße, ich bin zu langsam. No. Das ist nicht gut. Ich komme nicht hinterher. Äh, ich bin zu langsam. Die Zone ist zu schnell. Ja, das ist jetzt schlecht. Also das ist jetzt ganz schlecht. Habe ich da irgendwie wieder rausgerutscht? Mist. Tier! Tier! Du bist meine Rettung vielleicht. Nein! Komm her! Let's go! Renn! Renn um dein und mein Leben. Oh Gott, wir schaffen es tatsächlich, durch das Tier hier rauszukommen. Oh mein Gott, yes! Okay, so, aber ich brauche dringend Energie. Okay, so, aber ich brauche dringend Energie. Lol. Was geht mit dem denn ab? War da ein Pilz oder wie hat er das gemacht? Keine Ahnung. Na gut, ähm. Wie komme ich zu dem Bugel hin? Ah, das ist genau die Richtung. Du bist ein Lila-Vogel. Dann gib mir doch mal die lila Waffe. Dankeschön. Das finde ich ja nett. Okay. So, dann gehen wir mal den Weg hinterher, weil der führt genau dahin, wo ich will. Was ich sehr praktisch finde. Ich weiß mittlerweile auch, wie man sprayt. Man muss B drücken. Da. Ich habe nämlich was gelernt. Irgendwie konnte man hier auch dann singen oder was das war. Äh, der Singen sagt schon, tanzen oder was das war. Also das ist alles B. Das ist alles B. Okay, wir sind gleich bei Daily Dingens. Und da muss ich achtmal sprayen oder so. Schauen wir mal. Ob ich da irgendwo hin sprayen kann oder... Ob das ganz exakt irgendwas sein muss. Nice, nice, nice. Wow, äh, ich wollte eigentlich... Muss ich an der Wand sprayen oder kann ich überall sprayen? Wie ist denn das? Wollen wir mal probieren. Nein, ich will... Wie noch nicht bereit. Kann ich das nur so machen? Wie mache ich das denn jetzt? Ah, okay. Nummer eins. Zwei. Drei. Oh, das ist kein Emoji. Das ist kein Spray. Ah, das ist auch kein Spray. Ah, es zählt aber scheinbar trotzdem. Okay. Yay, wir haben es. Wir haben jetzt alle drei wöchentlichen Finger gemacht. Sehr schön. So gefällt mir das. In einem Part direkt alles weg. Okay, wo ist dann der nächste? Okay, wir sind auf jeden Fall gut. Dann kann ich mich jetzt, ja, äh... Oder haben wir jetzt irgendwelche Aufträge, die noch spannend sind? Weil jetzt gibt die tägliche nur noch 1000. So, das ist nicht mehr relevant. Wichtig sind nur die hier oben mitzunehmen, weil das die 15.000 sind. Dann können wir jetzt einen Kugler uns kümmern. Geht er halt gerade nicht. Das geht gerade auch nicht. Das geht nicht. Ja, ich habe keine Sachen. Und was Realitäts-Sat-Körner sind, habe ich auch. Keine Ahnung. Okay, das ist auch zu weit weg alles. Oh, wobei... Hier drüben ist ja was scheinbar. Das sehe ich gar nicht auf der Karte. Oh, die bewegt sich wieder, die Zone, ne? Scheiße. Oh, Hilfe. Nice. Was, Wache der Sieben? Ich dachte, es ist... Okay, das war ein Gegner jetzt, aber wirklich. Oh. 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 Ja, gut. Da war ich etwas überrumpelt. Da war ich etwas überrumpelt. Aber schöne Runde, finde ich. Vor allem, weil wir die gleich... Alle drei Aufträge in einem Part, finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Und wieder ein Level mitgenommen, finde ich auch sehr gut. So. Okay. Warum ist da jetzt ein Ausrufezeichen aufgetaucht? Durch Suche tun eine Munitionskiste. Ja, gut. Das passiert ja alles automatisch. Ach, danke dem Busfahrer muss man auch machen. Scheiße, wie danke ich dem Busfahrer? Was war das für eine Taste? B wahrscheinlich auch, ne? Ich muss dem Busfahrer danken. Okay, muss ich dran denken. Ja, das geht aber. Der Rest passiert alles automatisch. Ich muss einfach alles, alles öffnen, alles mitnehmen. Alles mal. Gebäude in Brand sind wir auch fast fertig. Okay, und das hier ist, wie gesagt, das ist nicht weiter relevant. Gut. Dann. Ähm. Ach, das sind die, mit denen ich sprechen kann. Achso. Ich muss mit allen auch mal gesprochen haben, wahrscheinlich, ne? Und auch mal alles gefangen haben. Ja, ob wir das machen, weiß ich noch nicht. Okay. Schließen wir aber hier den Part ab. Muss ja nicht ewig lang jedes Mal werden. Vor allem, wenn es gut gelaufen ist. Bin ich da schon zufrieden. Was ist jetzt hier? Warum ist jetzt hier eins, zwei? Warum hat es jetzt hier... Weil da Neues dazugekommen ist. Ja, okay. Ähm. Zurück. Gut. Ne, zurücksetzen will ich gar nichts. Und hier sind auch zwei dazugekommen. Okay, ja, das hier und das hier. Okay, das sieht schon cool aus. Aber ich will immer alles auf Zufall haben. Ich will immer den Zufall haben. Egal, wo es geht, nehmen wir Zufall. Wo es geht, nehmen wir Zufall. Ach, kann ich das überall jetzt, oder wie? Ach so. Du musst das bei allen Einzelnen machen. Ah, weil das alle die Waffentypen sind, na? Ja, okay, ich verstehe. Zufall. Zufall. Und Zufall. Ich bin immer der Zufallstyp. So, das ist... Ah, und das ist... Ist das für ein Auto, für das Musikkörn, oder wann läuft die Musik? Keine Ahnung, ich mach hier auch Zufall. Ich mach alles Zufall. Immer Zufall. Zufall. So. Okay, das ist auch schon alles Zufall. Das hier kann man auch noch Zufall... Okay, das ist nicht Zufall. Das ist ja das Symbol. Okay. Gut. Dann, jetzt aber wirklich, danke fürs Zuschauen. Und dann reicht's eigentlich auch, nur rein, den Part aufzunehmen. Was ist das? Okay. Tschüss.